Ja, erstmal equippe ich jetzt um. Ich habe nämlich eine neue Flöte. Ich habe neue Hüte. Wie das grüne Barrett. Ich habe neue Armreifen, aber die bringen ihr nix. Die Gaia West wäre interessant. Die wäre echt interessant. Die bleiben drin. Sie lernt Atmos, sie lernt Healer. Ähm, ja. Und. So. Amorant kriegt. Verhält die Brigandine, kriegt das Ding, kriegt das Ding, kriegt das Ding, kriegt das Ding und kriegt die Mithril-Clown. Mithril-Faust. Headgear gegen das grüne Barrett. Und Vivi hat den Espressen-Stamm schon drin. Kriegt noch... Ja. Hm. Oh. Kann hier was anderes reintun. Gut, dann kriegt Vivi Insomniac. Boost? Was ist Boost denn? Punis Peace. Das haben wir gerade bekommen. Ja, dann kriegst du jetzt erstmal das da für Insomniac. Okay, wer kann denn das Punis Peace und damit Boost lernen? Sie. Einfach mal kurz gucken, was bringt das? Ist das unheimlich teuer. Boost. Erhört die Stärke von Adolons. Ja, definitiv später ganz interessant. Aber jetzt erstmal brauche ich die Level-Up-Dinger. Wo auch immer es ist. Feenohrringe. Ability rein, Equip, Level-Up. Ja, gut. Ich würde dann hier speichern. Mockshop. Bekaufen. Ja, was wollte ich noch einkaufen? Dann erledige ich das noch eben. Diamantenhandschuhe. Grüne Barrette. Judo-Uniform. Gehe ich mal definitiv dann drei von mit. Und rüstet die noch eben raus. So, raus hier. Da raus. Equip. Equip. Judo-Uniform. Wer konnte die noch tragen? Sie. Aber das bringt nichts. Sie noch. Genau. Er noch. Hm. Sie noch. Ja. Safe. Und ich würde sagen, ich bin der Mero. Das war Final Fantasy 9 für heute. Total überlevelt und jetzt total unterlevelt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss und ciao ciao. Bis dahin.